hier ist was ich dachte einfach dann ich starte direkt immer an einem seil das einfach anfängt zu brennen also wieder so ein nächstes jase level okay interessant Ich kann aber echt keine Zeit lassen für sowas. Oh. Okay. Gut. Das Tatsache bewegt sich jetzt noch. Ah. Das ist gleich jetzt schon wieder. Ich habe zu lange gewartet. Gut, dass ich schon mal die Seite gewechselt habe. Hier genauso. So. Okay. Und auch zur nächsten Seite. Das ist auch abbrennt einfach mal. Ah. Komm. Ich schaff's doch. Gut. Haha. Frontcoin. Was? Oh. Gut. Und weiter geht's. Ah, vielleicht wieder überwechseln auf die Wiese. Nächster Seil. Checkpoints, das ist immer angenehm. Da gehe ich schon wieder rein. Ok, Münzen und ein paar Bonnen, das ist gut. Was? Da denkst du aber eigentlich eine Banane, nicht Schmutz. Oh, ok. Ok, gut. Hm? Ah, da oben. Ok. Wenn Banane sieht, einfach ein Springer. Weiß Gott, er hat echt 10 Hosen wieder dabei raus. Oh, diese Helikopter-Krämlinge sind so nervig. Oh, das Ohr, ich verpasste irgendwo. Hm. Das gleiche hier schon wieder. Das habe ich jetzt echt noch erwischt. Eine kleine Kante. Hm, hm, hm. Ich warte noch viel zu lange an der Stelle. Ich warte noch viel zu lange an der Stelle. Ja, ok, der Bildscher war noch nicht weit genug gefahren. Dass ich das... Dass er über ihm noch gar nicht greifen konnte. So, diesmal aber. Ja. Werde ich jetzt. Ah, der links wahrscheinlich noch am Bundeslevel. Bundeslevel. Ja. Ok. Ich weiß nicht, was da funktioniert. So. Achso, ok. Man überspringt die Wespen einfach. Und bringt ein paar Bananen und Elemente. Auch gut. Aber das Ohr habe ich trotzdem verpasst. Achso, jetzt habe ich ja schon. Jetzt hätte ich es nicht mehr Hand brauchen unbedingt. Na ja. Aber wir sind fertig. Natürlich skippen. Oh, wo kommt der Nächsten. Oh nein. Oh. Ich dachte gerade noch. Ah, weg sich die Seite. Verdammt. Ich habe jetzt lange gewartet. Verdammt. Okay, gut. Das war's kapast. Okay, gut. Das war's kapast. Okay, gut. Das passt auch. Oh Gott. Hm. Beinahe jetzt gepasst. So. Ich mache aber jetzt nochmal. Nur um den da oben überspringen zu können. Eingut. So. Zunächst einfach den B-Dinger machen. So viel wie möglich davon überspringen. So weiter wechseln. Wo ist der Nächster? Was? Was? Achso. Der ist da drin. Ah, okay. Gut. Aber die Fahne weht auch richtig. Das heißt. Alle Bonus-Sachen hier gefunden in dem Level. Da oben kann ich jetzt auch noch hin. Wie heißt Chairlifts? Wir bringen jetzt einfach nur zurück, oder wie? Okay. Es ist broken. Achso. Ah. Ja, er folgt mal einen Wrench. Ja. Wenn es in seiner war. Medias Miskile for free from now on. Nice. Okay. Was haben wir jetzt hier freigeschattet? Was ist denn das? Clifftop. Cache? Cache? Achso. Was ist denn da? Das ist ein Messerzwelle. Und weiter Bananenvogel. Mal kurz zurück und mal speichern. Mal kurz zurück. Nur zur Sicherheit. Nur zur Sicherheit. Haha. So. Wir zurückfahren. Uw. So. Wollt ihr in Sribbel? Flut. Flad Lit fisch. Hm. Okay, kriegen wir gleich noch ein wenig Licht, oder? Okay, mehr Licht kriegen wir nicht als das? Ach so, dann gibt es mehr Licht, wenn ich da noch. Okay. 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 Also im Endeffekt war es gar nicht immer so ein großer Unterschied, ob das Licht hier an ist oder nicht. Also man kann die Sachen trotzdem noch erkennen. Dadurch, dass sie halt so eindeutig von der Farbe her sind und von der Bewegung her, also man sieht es zum Beispiel aber trotzdem hier noch. Also wie sieht es auf dem Stream aus? Recht dunkel, aber kann ich trotzdem halt sehen auf jeden Fall. Das ist irgendwie so ein weirdes Gimmick, was irgendwie gar nicht mehr so viel bringt, finde ich. Jetzt ist die Ruhige. Jetzt ist es so, wenn ich hier auch schon wieder bergerne war. Ich glaube, dass du die Welt geht. Ich habe nur die Ruhige und die Ruhige dazu gemacht. Jetzt hat er die Ruhige zu machen. Also? Ain't das da wahr? Hier habe ich jetzt hier Punkt ein. Ich habe mich mit dem Bild. Ich war nicht so, dass ich es nicht zu sehen. Oh, das war nicht. So machen wir hinterher durchrushen dann. Also schon hinten, okay gut. Das war ein bisschen sehr knapp. Äh, wie will ich jetzt weiter? Die Agent hier. Genauso Angriff macht sie bei allen anderen auch. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Keine Ahnung warum manchmal. Ich habe dich noch nicht dafür. Da Давай далее zu Hause und schmerz! Denn da muss immer checked, müsstighă. Es macht gut und baker key youthienie. Bis zum nächsten Mal. Alles... Olha! Und jetzt! Alles... Ja, deswegen geht es mal. Wenn das so je weiß! Dass du toll! Ja, es hat schon so, dass man halt bei, wenn das Licht anlässst, hier schon ein bisschen besser sehen kann, aber das geht ja eh auch so. Hm, ah, toll. Das Licht war nicht, ich habe ihn trotzdem nicht gesehen. Das ist jetzt meine Erklärung dafür. Das ist ja... Das Licht war nicht. Das Licht war nicht. Warum hat sich da keinen Schaden gemacht? Warum ist das manchmal so? Oh. 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 So, manche Macht es halt, aber manche machen nicht. Hm? Ich denke, ich reiche den der bestimmt noch raus. Ich bin es egal. Also ich werde sie eigentlich schon noch schaffen. Na ja, durchraschen. So. So. Ah, ich versuch's gar nicht erst. Ah, darf man nicht, ich frage ihn gleich zu verlieren, ja. So. Oh Gott, ist jetzt mit beiden Hits diesmal durchgekommen, wenn ich. Und warum hat das jetzt wieder beide gekillt auf einmal? Oh Gott, ist doch echt ein Joke. Bei diesen ganzen anderen spiky Muscheldingern komme ich dann durch und dieser eine Clownfisch steht da rum und der killt mich dann. Ja komm, eine Banale, dann habe ich wieder ein Extra-Leben. Super. Oh Gott. 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 Da hab ich mich jetzt so scheiße getroffen. So, ja. Das scheiße klappt, wo auch immer. So, langsam und vorsichtig. Den Münsterrechts hatte ich schon, oder? Den Tobi hatte ich mir schon gehört. Da war der Checkpoint echt. Da wäre ich doch vorhin schon fast gewesen eigentlich. Manchmal, ehrlich. Ich bin schon fast. 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 Ja, ist doch schon ganz angenehm. Das Licht anzuhaben. Weil wir das denn so labyrinthmäßig hier am besten mit dem Weg wirklich genau sehen können. Ah. Was hat der? Ich bin schon fast. Okay. Okay. Ja. Da ist ja. Ich bin schon. Da ist ja. Hier ist ein Lichtfisch. Extra Hitte. Okay gut. Jetzt ist er ist gut. Achso sie kommt, du bist da. Ja, ja. Ja, ja. So, durch zu links. Macht's Unterschied. Jetzt führt die ja nicht gerade oder so. Wo bin ich aber nicht gerade. Bitte. Rachel, ich habe einen Wilder im Gustav. Oh, da habe ich. Oh, das ist der Fall. so kurz vorm ende hatte ich schon ein bisschen wie das levelende angefühlt also das habe ich schon nicht viel weiter gewesen also wo wir hier eine münze kann mir egal sein so übernommen mal dicht mhm 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 vorsichtig dran vorbei mhm mhm ah ne, das G war ja links mhm ein bisschen links lang ein Bananen da rechts egal muss schon so so jetzt der steht jetzt nochmal ja ok ich weiß das ist echt das Ende gewesen ach das war echt direkt das Ende so 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 Bis zum nächsten Mal.